Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play. Ja, Flo, ich mach das extra übrigens. Hat mich mal einmal erzählt. Ich weiß. League of Legenden. Dieser Start ist weiter so episch wie so ein Französischer. Ja, Mann. Mit Nitschke. Als, was bist du noch? Ja, du bist ein Yee Jungle. Mit Julian. Als Victor, bitte. Flo. Als Caitlin Support und ich als Jenna, äh, Caitlin Support. Oh Gott. Caitlin, Alice und ich als Jenna Support. Nice. Ja, ich bin Alice und, äh, als Jenna und Flo. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Maxi. Muss ich mal kurz ein bisschen leiser machen. Hör auf, mich in den Arsch zu ficken. Ja, komm hier. Dieser komische Topf da. Der Topf. Oh, ein geiler Topf. Oh Gott, mein Läusern ist genauso laut, ey. Das ist nicht gut. Kannst du mal weggehen, Maxi? Sorry, ich habe gerade mein Läusern mal wieder gemacht. Das, dass du hier noch stehlst, du Sau. Das fehlt. Ich mach das doch gerne. Oh mein Gott, der Trash. Oh mein Gott, der Lucien. Auto hits. Oh mein Gott. Aua. Auto hits. Auto hits. Oh fuck. Auto hits. Auto hits. Und so eine gute Jenna. Ey, Maxi, Maxi, Maxi. Nein. Sorry, Flo. Das ist nicht schlimm. Was willst du, Julian? Ich habe ihn getroffen. Hihi. Lucien hat einen kleinen Penis. La 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 la. Ey, ich freue es. Mein Gott. Oh mein Gott, eine Kuh. Oh mein Gott, ein Ball. Ich will ein kleines Post. Nyauuu. Oh mein Gott. Ich habe den Rap-Buff irgendwie nicht bestätigt. Verdammt. Boop. Er hat einen mega Skill-Up gewonnen, naja. Getroffen. Scheiße. Boah, das ist ja so mega Skill gewesen. Da habe ich jetzt den Rap-Buff. Flo, Flo, ich habe jetzt meinen Slow. Slow. Die nervt ganz schön. Das war gut, Thrash. Das war richtig gut. Das war wirklich gut. Rauf, Flo. Das ist ganz schön. Ah, ja. Darf ich? Ja, ich mache ihn. Loll, Tori. Der Tisch muss ja auch wegpotten, das geht gar nicht. Nö. Foken up. Just died by the Vous. Nein! Ich wollte... Ich hab grad einen... Eleg! Flo, wie saßt du eben nicht hinter dem Ding her geflasht? Hast du gerade Zeit für mitteilig helfen? Ja, klar. Da muss ich Ihnen aber nicht trialen und Sie hat glatt geworden. Ich komme von einer anderen Seite. Oder hätte er dem Lucien her geflasht. Das hätt ich jetzt auch machen können. Ich komm gleich von der anderen Seite, Julian. Warte, was du erscheinst, aber ja. Das hol ich mir. Ich weiß es nicht. Ach du, ein Klassik-Kild wieder. Ah ja, der Sommer. Jetzt gesagt nichts Falsches. Ich dachte, du sagst, jetzt soll ich mir mal gehörig hinter den Nippeln lecken. Ja, von mir aus, Julian, komm raus. Attacke! Chips. Hallo. Was? Ah, Flash raus. Nice, danke. Sack, Ablo. Ich Alice und du Super. Das ist mein Farm, Alter. Es war einer, komm. Der, der große. Es war einer, komm. Es waren zwei. Es war einer. Der große ist jetzt zwei, weil es viel Gold gibt. So, das meinst du jetzt mit zwei. Oh, die Hilfe auf der Botteln. Nyaum, jo. Ich komm mal Botteln. T-Karte. Mach dem Typen voll Damage, ey. Nyaum. Ey, ich bin da, ne. Ihr macht das selber, guck mal. Ja, guck mal. Locker, flockig. Oh ja, er ist blöd. Nein. Wie wenig life hat der, ey. Ich will ihn. Ich will ihn. Ich will ihn. Die macht Schaden, Alter. Und das nicht. So, und da kommt jetzt ein Klammer. Aber. Ja, nicht der Klammer. Bereit. Nein, ich gewisse, hast du nicht noch gewartet. Ich wollte assist. Sorry. Bis nächstes kommt, dass er jetzt einen Kader gibt. Ari ist Mist, pass auf. Ja, krass. Der kommt gleich. Ey, ey. Leute, nuschen. Hi. Nee. Kein Leben. Da ist noch Ari. Ja, er hat gesagt. Ich hab so geslowed. Nichts, geh da weg, Alter. Ja, ich hab's noch weg. Ich helfe euch ganz bestimmt, ne? Ich komm auch mal runter, ne? Boah, das ist feuer. Sauber. Aua. Das war gut, Ari. Ich find das richtig toll von dir. Jetzt mal Ari zum. Okay, wenn Julian auch wiederkommt. Julian 6. Jo. Julian, komm her, komm her, komm her. Julian, das war Ari. Hi. Bam. So, komm. Oh, da. Sie ist tot. Nitzke, Schild. Aua, aua. Ja, ein Schlag und der Schild war finito. Slow. Oh. Slow. Tres von hinten. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Eine Kuh auf ihn, der ist tot. Nein. Doch. Oh. Ei. Max. Max. Mann, Max. Ja, wieso gehst du dann weg? Hallo. Hallo. Ähm. Was soll ich denn da großartig machen? Noi. Ja. Flo. Äh, ich will hier mal nicht. Schade, 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 schade Schokolade. Und ich hab keinen Mana, deswegen wollte ich auch grad einen Blubuff machen eigentlich. Der ist doch schnell. Hinter dir ist noch ein Trash. Äh, ich würd jetzt ein echter verschwinden, ne? Ich geh hier lang. Ja, guck mal, der kommt noch ein Ari. Hilfst du mal kurz hier? Flo krieg den, krieg den, ja, krieg den ja, ne? Ja, klick klar. Oh fuck. Ich bin weg. Was will ich denn da großartig machen? Alter. Gigi. Hallo, bis dann. Bin da, bin da, bin da. Ja, zu spät. Oh fuck. Du darfst, bist, helllos. Egal, ich geh wieder zu Ari. Wie viel kostet noch mal Schuhe? 75 oder so. Ja, hab schon gemerkt, zu viel. Ja, da haben wir ein bisschen genutzt, ne? Okay, da fällt noch aus dem Gegner schon Blu, alles cool. Leute, ihr wisst schon, dass ich unendlich Wards hab, ihr Spasten. Wer du hast, unendlich Wards. Ja, so gesehen. Wards don't, so. Ja, das ist nicht unendlich, ne? Ja, so gesehen schon. Nee, so gesehen nicht. So gesehen schon. Ja, so gesehen ja, aber irgendwie auch nein. So gesehen halt. Jo, ich will den grad killen. Rauf! So gesehen ist so gesehen falsch. Alter, lol! Erstmal gechillt, Q und, äh, E und Flash. Ich komm gleich mit dir, Johanna. Wenn du das, wenn du möchtest. Ey, der Typ lernt es nicht, oder? Du hast schon endlich Wards, doch. Nee, dein Wards schon. Brauchst du nicht? Ich glaub, dir da ne Wards rennen, oder? Wenn du stunn kannst, brauch ich, lauf ich mit Goldzwee rein, ne? Aber ich glaub... Ja, der da am Bord drin, glaub ich. Ja, 10. Warte, warte, lass, lass, lass dich weg. Nee, nee, ich... Äh! Nein, ich hab ihn ja getroffen! Bin noch auf Durchreise. So, wir gehen mit K6 und ich bin gefickt. Ich guck mal nur kurz, ob der Gegner schreckt da ist. Das war super. Das hat er, das hat er quasi schon. Äh, ich komm bochteln, ne? Towerdiven? Äh, einfach rauf gehen, wie wärs damit? Hallo! Oh, ich hab's nicht gesehen, sorry. Ja, sorry. Ja, okay, da muss ich nicht zustimmen, jetzt. Ihr konnt das wirklich nicht an, Flo. Ich weiß, ich hab... Ich hab noch nichts, ne? Ja, nee, wird ja sein können, dass du grad so... In dir drin so... Das hat sich mal falsch angehört, aber egal. So, warte, warum du grad am Spreng bist. So, genau, so, im Kopf so... Denkst und so. Den töte ich gleich! Ich bin, ich bin... Ich hab schon... Ich hab schon Kugelnrücken, dann hab ich den Laser gesehen, ja. Ja! Eben. Ich hätt noch abbrechen können, indem ich irgendwo anders hingegangen wär, um waschen zu spielen. Sorry, Flo. Um das, äh... Damit dir das da steht, Leute, ähm... Nitschke ist gerne mal so ein Typ, der steelt. Hi. Sehr viel Steelt. Hi. Und, äh... Ich hab jetzt... Ich hab... Das ist jetzt die dritte Schlange, die ich ihm geb und wenn er... Irgendwie ist abgekackt. Hi. Cool. Und wenn er, ähm... Jetzt noch einmal steelt, dann werd ich... Werden wir nie wieder mit ihm zocken. Und deswegen, ne? Hi. Wir können da gleich rauf. Ich weiß. Julian, ich komm mal mit dir, ne? Ja. Jau. Und wir gehen noch, Thrash. Warte, den siehst du nicht. Den siehst du... Du bist ein Pisser, Alter. Meine... Alter, Junge. Willkommen. Den an... Der Aris jetzt noch nicht mehr. Den hätt ich... Den hätt ich nicht going gekriegt. Sogar beide. Ja, super, Alter. Du bist ein Trottel. Autor. Das war nice von uns, Flo. Wo? Wenn ich noch mal ne Lutsch gehabt hätte ich noch, ähm... Wie heißt es? Mal Lutschung. Aua. Noch ein Schild gegeben. Gerade so. Kassix! Schnuckipoops! Ihr seid tot, ne? Der Botfan. Alter, kommt ein Flukon hinter euch. Der ist satt. Geh weg! Yo, flow like a boss. Und Flo, tot. Aaaaah... Falt hier weg. Da kann doch ne Ari. Alter, alle fünf am Botlane, ne? Der ist schon wieder so. Wir dominieren einfach nur. Deswegen sind sie immer alle auf Botlane. Yo! Und ich esse weiter in Chips. Hau rein. Mommm, mommm, mommm. Julian, geh mir... Deine Ari kommt grad hoch, ne? Zandau. Ich muss weiter mal ne Laterne stecken, ja. Oh, wie wir haben nur grad... Was, was bringt das eigentlich? Was halt weggemacht? Dann kriegst du so ne... Dann kriegst du so ne... Dann kriegst du so ne... Dann kriegst du so ne Laterne, kriegst du dann so ne komische Fackel und... ...die gibt dir dann ne Bonus-AD für jeden Creep oder so. Irgendwie so. Und Angriffgeschwindigkeit, ne? Und das auch. Ne, die passive gibt dir... Äh, Flo, die passive gibt dir... Pro Creep, den du tötest. Ja, ich check die Laterne noch nicht. Wo großes Monster, das du tötest, meine ich. Ja, ich check die Laterne noch nicht. Dann gibt es dir... AD. Ja, ich check die Laterne sowieso nicht ganz und... Manche... Okay, der Naros geht mal voll ab, Alter. Hatte er grad echt den Wukong mit einer Kuh... ...Hälfte-Live gezogen? Ja, der hat ja bei ihm... Der ist ja noch ein Wukong. Der hat den Wukong mit einer Kuh die Hälfte-Live gezogen. Einfach so. Oh mein Gott, Julian? So ganz gechillt aus der Hüfte, weißt du? Alter Schwede! Luschen, Schnauze. Hä, wäre immer weiter aufgegangen. Nein! Bats! Da hättest du, äh, Kuh und W machen müssen, Hüchke. Ich hab Kuh schon runtergehauen und da sind sie beide nicht gestorben können. Du hattest Ulti an. Ja, und Kuh auch. Kuh hatte ich auch schon... Ja, aber die Kuh hast du gemacht während du... äh, die Kuh hast du gemacht bevor du die Kills gemacht hast. Und Cooldown geht runter, das weißt du, oder? Ich hab alles gespermt einfach. Ihr seid fertig. Hm. Wir Knöpfe drücken, Ende. Ich stelle mir. Ich brauche ich zwar im Blue. Die Blue ist grad da, ne? Ich hoffe, dass er noch da ist. Ja, ja, ich glaub gleich los. Ich glaub ich geh lieber mal kurz schnell wieder weg, weil ich hab Angst, dass die zu mir kommen. Die könnte auch beide runterkommen. Und auf dem Weg Flo, ne? Ja, ich glaub ich mach Richtung gut für dir. Ich bin auf dem Weg zum Blue. Hm, Flo die sind top, Flo die sind top weg im Puschen. Jo. Ja, viel Spaß auf der Botlands. Mitte, der Tower ist auf. Müsste eigentlich da sein, aber der Wibberfeld ist erst vor kurzem gespawnt. So, erstmal smiten. Attacke. Machst du? Okay. Dann geh ich weg. Bitteschön. Kommt hier von der Botlane, äh zum Black. Ari! Wo ist die Achel? Hier. Ich komm zu euch. Ich komm zu euch. Mehrere. Ach so Leute, die Ari ist Mist. Wollen wir wirklich? Wollen wir noch mal reingehen? Oder? Ja, geh rein jetzt hier. Kamaaaaan. Ja, okay. Das war ein bisschen zu spät, Nitspin. Aber ich glaube nicht, ich glaube. Renn hier rum. Ich habe einen Lack gehabt, ey. Aber richtig. Er wurde kommt schnell. Zu schnell. Er hat auch ... Da bist du. Kleid auch an Buschrand. Alter, aber wie wir jetzt gerade dominieren, ey. Minder wir sieben, auch noll. Level 9. Wer kriegst du? Wer kriegst du? Ohne Scheiße, ich krieg diese blöde Laterne. Äh, diese Fackel. Ja, du musst 30 Stacks haben. Dann kriegst du sie. Ich hab 21. Du musst 30 haben. Ja, aber... Ich helfe dir mal. Jo. Ich zieh uns wie tot. Rauf! Ah, I'm losing. Ach du Heiliger. Fick dich! Julian drückt ordentlich. Das war kacke. Das war gut. Muss man ja mal sagen. Julian drückt ordentlich andere rein. Nu schön! Daneben. Oh Gott, Nasus. What the? Hä? Der hat 220 Stacks. Der Nasus ist mega gut. Nein, sorry. Nein! Maxi nicht wirklich. Du hast das ganze Damage gemacht, sorry. Das sah da aber da irgendwie nice aus. Pssst. Hup. Tot. Bouncing Betty sagt er zu. Guck dir die Nasus an. Hat noch Resist bekommen, cool. Oh Mann, nee. Kommt hier mal Dragon Leute? Moment. Oh Gott. Kann auch weiter durch pushen. Ja, mach Dragon allein. Das geht auch. Richtig. Komm schon. Ja, gut. Ich hab 4k Gold, Alter. Lass ihn mal da. Bodden war irgendwer. Bodden war irgendeiner. Wukong. Zu zweit kriegen wir ihn locker. Aber der ist logisch schon abgehauen. Ja. Ja. Lass ihn. Nicht gehen. Ja, ja. Ja. Das hast du gecheckt. Ach du Heistiger. Komm hier runter. Am besten. Oder keine Ahnung. Ja. What? Hallechen. Du Spinner. Schnitzel. 2400. Hast du Julian, oder? Ja, ich. Sorry. Nein! 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 Du nicht! Oh, wir sind solche Lacka, Alter. Guck dir mal los an, Alter. Vor allem, ich hab keine Wahne mehr. Schon die ganze Zeit. Nitschke ist live. Ja. Nitschke ist live. Maxi. Hm? 4k Gold. Guck auf meine Items. Ja, Wacke, jetzt. Mach. Und. Bam. Alter. Kauf deine Schuhe fertig. Oh. Wäre ne Idee, ne? Ja, ja. Ich lebe noch. Julian, 2,4k Gold. Guck auf meine Items. Oh, Leute. Guckst du, guckst du, guckst du? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Slow. Bam. Ja, ich seh's. Bam. Und warte. Warte, warte noch kurz 10 Gold ab. Nein, warte. Bam. 155 Rüstung. War das so trash. Einen Wukong eben erstmal so. Auf die Aki rauf, oder wie oder was? Alter, ich bin noch in diesem Game noch nicht einmal. Okay, jetzt ist Flo da. Alter, ich hab fast 5 Wolt AP, das wird easy. Ja, genau so viele Assists wie ich. Ehh, ich fühl mich schlecht. aber wir sind und gefesselt ich dachte ich kenne durch ein auto ich dachte ich kenne den auto flo kommt nicht zum ulti ich habe das gar nicht gesehen so jetzt ja mit kälte und ulti kann man gut gucken ja mit kälte und ulti kann man gut gucken lol du schießt live meine kuh warum nicht gewirklich nein ich musste aus dem tower irgendwie raus ich musste aus dem tower raus weil immer ne ausrede ne ne ohne scheiß pass auf ari hat mich mit ihrem herzchen getroffen und währenddessen hat mich der turm angegriffen deswegen habe ich gerade auf der tower gefokust das war mega uncool huaah ich bin weg ha ha fick dich bam äh leute nehmers keine ahnung und und dort schade na aber nice nice von uns ich fand uns toll die 31 18 ich habe fast kein ich habe alles aber auch den menschen max mann kaum ich habe für hurricanes blutdörster und voll ausgebaute schuhe wäre ich noch zufrieden voll ausgebaute schuhe wilde fackel statik und ein mapierisches ich wollte mal ein bisschen mehr live irgendwie ich auch erstmal hole ich mir das hier so ich habe schon wieder meine ulti was was hast du für ein coole auf deine ulti nur 65 Sekunden nur poke einfach wieder ulti schön wär's 100 Prozent genau cool das Wort nö ARI 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 hi ich habe es bekommen der ist so tot der ist so tot wenn ich dich treffen würde den hab ich gekriegt wollte schon sagen alter kass kass der kass den kriegt ihr glaube ich selber oder wer nicht so schnell wäre und erstmal den weg ab ich gehe lucien Leute gg 2,6,18 wir sehen uns beim nächsten mal wieder nippel nippel haut rein Leute naja ich sollte noch den Aufnahmebändenknopf drücken gg jawohl so muss das hey Leute wenn euch dieses Video gefallen hat könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten unten links kommt ihr zu dem letzten Video was ich hochgeladen habe und unten rechts kommt ihr zu meinem Kanal wir sehen uns beim nächsten Video wir sehen uns beim nächsten Video wieder haut rein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal